Die zweite Wiener Türkenbelagerung war nach der ersten Wiener Türkenbelagerung von 1529 eine weitere erfolglose Belagerung Wiens durch das Osmanische Reich. Sie dauerte vom 14. Juli bis 12. September 1683. Verteidigt wurde Wien damals die Residenzstadt des römisch-deutschen Kaisers durch Truppen des Heiligen Römischen Reiches Polen-Litauns, der Republik Venedig und des Kirchenstaates. Nach zahlreichen fehlgeschlagenen Eroberungsversuchen, dem Eintreffen eines Entsatzheeres und der anschließenden Schlacht am Kahlenberg zogen sich die Truppen des Osmanischen Reiches zurück. Ausgangssituation Die Expansionspolitik der Osmanen hatte bereits ihren Höhepunkt erreicht. Der größte Teil des Königreichs Ungarn unterstand ab 1541 der Osmanischen Kontrolle, teils direkt, teils als Vasall die unterworfenen ungarischen Gebiete lieferten, da vertraglich dazu verpflichtet Geld und teilweise auch Truppen. Der Goldene Apfel, wie die Osmanen Wien zu dieser Zeit nannten, schien ihnen zum Greifen nahe. 1672 überfielen die Osmanen die damals zu Polen-Litauen gehörende rechtzufriede Ukraine, eroberten die Festung Kamienich-Podolski und stießen bis Lemberg in Galizien vor, das durch innere Konflikte zerrissene, besonders durch die Kriege der blutigen Sintflut zerrüttete und militärisch geschwächte Land schloss im Vertrag von Baciacan. Vor Friedensvertrag In diesem Abkommen verpflichteten sich die Polen, Podolien mit Kamienich-Podolski sowie die rechtzufriede Ukraine an die Saporotscher Kosaken und Tahedman Doroschenko, die osmanische Vasallen waren, abzutreten. Zusätzlich verpflichtete sich das Land, einen jährlichen Tribut an den osmanischen Sultan zu leisten. Die Verweigerung der Ratifikation des Baciacan-Vertrages durch den polnischen Reichstag führte zum Ausbruch erneuter Kriegshandlungen. 1673 führten die Polen unter ihrem Feldmarschall Johann III. Sobiski wieder einher gegen die Osmanen und schlugen sie bei Tschotten. Dennoch setzte sich der Krieg in den nächsten Jahren mit unverminderter Härte fort. Nach wechselvollen Kämpfen wurde der osmanisch-polnische Krieg schließlich 1676 im Vertrag von Uraf nur zu vorteilhafteren Bedingungen für die Polen, als im Vertrag zu Baciac beendet. Die Osmanen blieben dennoch weiter eine Bedrohung für Polen. Das Heilige Römische Reich unter dem Habsburger Kaiser Leopold I. war durch Religionsgriege und den Dreißigjährigen Krieg zerrüttet sowie durch die Pestepidemie von 1679 geschwächt. Im königlichen Ungarn hatten die katholischen Habsburger außerdem den protestantischen Adel lange unterdrückt. Dieser erhob sich schließlich 1678 zu 1682 im Kuriruzen-Aufstand unter der Führung von Emmerich Tököli gegen den Kaiser. Die Habsburger standen in einem Zweifronten-Krieg gegen Frankreich unter Ludwig XIV. im Westen und gegen die Osmanen unter Sultan Mehmet IV. Im Südosten, Wiens wirtschaftliche Bedeutung lag in seiner Lage am Schnittpunkt zweier wichtiger Handelswege der Donau und der Bernsteinstraße begründet. Aus militärischer Sicht war Wien zum angrenzenden, durchaus gedehnte Ebenen geprägten Ungarn hin nur schwer zu verteidigen und vom Heiligen Römischen Reich im Norden, bedingt durch die schwer passierbare Donau, militärisch nur schwer zu unterstützen. Wien verfügte aber über eine eigene große Donauflotte, die eigenen Nachschub und den Transport von schwerer Artillerie ermöglichte. Strategisch gesehen galt die Stadt als christlicher Vorposten durch seine Lage zwischen den Alpen und den Karpaten. Damit hatte Wien eine große Bedeutung für die Osmanen, die Wien als ein Tor nach Westeuropa ansahen. Siehe auch, Wiener Stadtmauer nach der ersten Wiener Türkenbelagerung wurden im Jahre 1548 die Stadtmauern, die 1194 mithilfe der Lösegelder für Richard Löwenherz gebaut worden waren, dem aktuellen militärtechnischen Stand angepasst. Italienische Festungsbauer errichteten eine Festung, die den damals aktuellen Standards entsprach. Nach dem Dreißigjährigen Krieg wurde die Festung aus der altitalienischen Manier in die neuitalienische Manier erweitert. An der besonders kritischen Stelle zwischen Schottenbastei und Augustinerbastei, in der der Graben nicht mit Wasser gefüllt war, errichtete man vier Ravelins, die bis 1672 fertig gebaut waren. Die Conterreskape als vorderer Rand des Grabens wurde mit einem gedeckten Weg ausgebaut. Die Burgbastei war ein regelmäßiges Fireg mit je neun Kanonen, aber sie verfügte über keine Minenanlage. Hinter der Burgbastei befand sich der Kavalier. Die Spanierbastei eine überhöhte Artilleriefestung. Die Löwebastei war kleiner als die Burgbastei und dahinter nahm der Kavalier, genannt die Katze, nochmals Platzweg. Die über 200 Meter lange Stadtmauer zwischen den Basteien war zu lang für einen wirksamen Kartätschen-Einsatz. Dazu kam, dass der Ravelin etwas zu weit in den Graben vorgeschoben und etwas zu hoch gebaut war, sodass der Artilleriebeschuss im Graben hinter dem Ravelin von den Basteien nur eingeschränkt möglich war. Die ersten Häuser der Vorstadt waren nur 200 Meter von der Stadtmauer entfernt. Außerdem konnte das Glassy in den letzten Tagen vor der Belagerung nicht mehr eingeebnet werden. Im Minenkrieg um Wien waren die Osmanen mit 5000 Mineuren eindeutig im Vorteil. Sie hatten nicht nur mehr Material und Personal, sondern auch mehr Erfahrung im Minenkrieg. 1682 nach Scheitern der Friedensverhandlungen zwischen Kaiser Leopold I. und den Osmanen warb der Kaiser den Festungsbaumeister Georg Rimpler an und stellte ihn als Ingenieur und Oberstleutnant in den Dienst. Georg Rimpler verstärkte die Kontereskape, baute zwischen dem Ravelin und den Basteien Kaponiere, und hinter ihnen an der Kehle zwischen Kurtine und Bastei wurde der Niederwall angelegt. Er ließ Palisaden vor dem gedeckten Weg aufstellen und empfahl das Ausheben einer Könette im Graben. Er erkannte richtig, dass zwischen Burg und Löwe-Bastei der Hauptangriffe der Osmanen stattfinden sollte. Er stellte Bergleute aus Tirol, Niederländer und Lothringer zu diesem schwierigen Dienst ein und auch Frauen wurden anfangs eingesetzt. Vorgeschichte Am 10. August 1664 hatten Kaiser Leopold I. und der Großwesier Amit Köprülü in Eisenburg, was war einen 20 Jahre währenden Friedensvertrag abgeschlossen. Eine Verlängerung dieses Friedensvertrages kam 1682 nicht zustande. Am 26. Jänner 1683 schloss Leopold I. ein Defensivbündnis mit Bayern gegen Frankreich und das Osmanische Reich. Am 31. März sammelte sich die Osmanische Armee bei Adrianopel mit 168.000 Mann und 300 Geschützen. An diesem Tag gelang es Papst Innozenz XI. den polnischen König Jan Sobiski und Kaiser Leopold I. zu einem Defensivbündnis zu überreden. Innozenz XI unterstützte das Bündnis und den Kampf gegen die Osmanen mit 1,5 Millionen Gulden. Es wurde folgender Vertrag unterzeichnet. Der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches soll jährlich während des Türkenkrieges 60.000 Mann und die Krone Polens 40.000 Mann stellen. Wenn der König von Polen selbst am Krieg teilnimmt, übernimmt er die Führung der Truppen. Gegenseitiger Beistand bei der Belagerung von Krakau oder Wien. Beide Seiten sollen christliche Verbündete suchen und diese in die Allianz einladen. Der Kaiser zahlt an die polnische Krone 200.000 Reichsthaler. Alle Steuern der Venetianischen Kirchen in der Lombardei werden für ein Jahr erzeugt der polnischen Soldaten für den Türkenkrieg verwendet. Der Kaiser übernimmt alle Schulden der Polen gegenüber Schweden aus dem letzten Schwedischen Krieg und verzichtet auf alle Schulden gegenüber Österreich. Kein Allianzpartner macht ohne Einverständnis des anderen Waffenstillstand oder Frieden mit den Türken. Seine kaiserliche Majestät, die Krone Polens und die Kardinäle Pio und Baba Inni schwören einen heiligen Eid auf diesen Vertrag. Eroberte Gebiete in Ungarn gehören seiner kaiserlichen Majestät, eroberte Gebiete in der Wallachai und der Ukraine gehören Polen. Diese Allianz geht auch an die M- und Nachfolger des römischen Kaisers über. Osmanischer Vormarsch am 3. Mai erreichte die Osmanische Armee Belgrad. Sultan Mehmed IV. übertrug den Oberbefehl seinem Großwesier Kara Mustafa Pasha. Später wurde in Stuhlweißenburg als Ziel des Feldzuges Wien die Reichshauptstadt des Heiligen Römischen Reiches bekannt gegeben. Herzog Karl V. von Lothringen versuchte durch die Belagerung bei Neuhäusl die osmanischen Truppen abzulenken, gab aber die Belagerung am 9. Juni auf und zog die österreichischen Truppen nach Rab zurück. Die Osmanen überschritten die strategisch wichtige Brücke bei Essek am 13. Juni, aber die Brücke war für das schwere Belagerungsgerät zu schwach. Die osmanischen Pioniere bauten eine neue Brücke auf. Am 1. Juli trafen die Osmanen bei Rab ein. Tata, Neutra, Westprim und Papa ergaben sich den Osmanen. In Wien ergriff Graf Jens Trödiger von Stahemberg die ersten Maßnahmen für die Verteidigung und ließ die Stadtmauern instand setzen. Rab sollte die osmanischen Truppen aufhalten und zermürben, aber Herzog Karl V. ließ nur eine verstärkte Besatzung in Rab und setzte sich mit seinen Truppen Richtung Wien ab. Die Osmanen folgten ihm. Schon am 4. Juli standen die Osmanen an der österreichischen Grenze. Drei Tage darauf ritten 40.000 Krim-Tataren sämtlichen Verteidigern im Land um Wien zahlenmäßig um das Doppelte überlegen. In das 40 Kilometer östlich gelegene Petronell, bei Regelsbrunn stießen sie auf zurückgehende österreichische Savoyen-Dragona. Nach anfänglicher Verwirrung konnte Karl V. von Lothringen die Truppen zum Kampf aufstellen. An der Spitze seiner Truppen griff er die Tataren an. Unterstützt wurde er von den Generalen Sachsen-Lauenburg, Taaffe und Rabata auf dem rechten Flügel und von dem Maggrafen Ludwig Wilhelm von Baden, dann Mercy und Palfi auf dem linken Flügel. Die Tataren wurden mit einem Verlust von 200 Mann in die Flucht getrieben. Die Kaiserlichen verloren etwa 60 Mann, darunter einen jungen Prinzen von Arnberg und einen Bruder des Prinzen Eugen von Savoyen, den Oberstprinz Ludwig Julius von Savoyen, der eine tödliche Quetschung durch sein verwundetes Pferd erlitt und einige Tage später in Wien starb. Nach diesen Gefechten verließen Kaiser Leopold I. und die Kaiserfamilie Wien über Kornneuburg, Melk und Linz nach Passau. Politisch war die Flucht notwendig um das Entsatz her zu organisieren. Mit dem Kaiser verließen auch etwa 80.000 Einwohner die Stadt. Der Feldzeugmeister Graf Ernst Rüdiger von Stahemberg übernahm die militärische Führung in der Hauptstadt. Alle Truppen von Kaiser Leopold I. wurden alarmiert und nach Wien zu Herzog Karl V. an das linke Donauufer beordert. Feldzeugmeister Graf Leslie wurde mit der Infanterie von der Insel Schütt auf dem linken Donauufer in Allmärschen nach Wien beordert, um die Besatzung von Wien zu verstärken. Tags darauf zog Herzog Karl V. mit seinen Truppen von Schwächart kommend über die Donaubrücken in die Leopoldstadt und Tabor. Dort lagerte er mit seinen Truppen. Die Bewohner der Vorstädte wurden aufgefordert alles in die Stadt zu schaffen. Am 12. Juli wurden die Vorstädte Wiens auf Befehl von Graf Stahemberg in Brand gesetzt. Die übrig gebliebenen Ruinen boten den Osmanen aber immer noch genug Schutz. Die Bürger und Studenten Wiens wurden für die Verteidigung eingezogen. Munition aus Steyr traf über den Wasserweg in Wien ein. Der Erzbischof Graf Leopold Karl von Kolonitsch, ein Veteran des Malteserordens, hatte um die Stellung des Generalvormunds für Flüchtlinge und Waisen gebeten. Er hatte bereits Erfahrung durch seine Tätigkeit in der Belagerung von Candia gesammelt. Ferner trug er entscheidend zur Kriegsfinanzierung bei, indem er 600.000 Gulden auf nicht ganz üblichem Wege zusammentrug. Er beschlagnahmte BSPW. Alles Bargeld des Erzbischofs von Grahn als Primas von Ungarn und Ferner dessen Prunkgeschirr und wertvolle Kirchengeräte, welche er einschmelzen ließ und zur Münzprägung verwendete. Der Erzbischof von Raab wollte für seinen Kriegsbeitrag von 61.000 Gulden 5% Verzinsung geltend machen. Kolonitsch wies diesen Anspruch zurück. Außerdem organisierte er die Betreuung von 500 durch die Belagerung verwaisten Kindern auf Schloss Melberg und errichtete wenig später die ersten Militärspieltäler. Die Verbindung von Wien nach Wiener Neustadt war bereits durch die Tartaren unterbrochen. Am 11. Juli eroberten die Osmanen nach drei Tagen Belagerung Heimburg und brannten es nieder. 90% der Bevölkerung wurden ermordet oder verschleppt. Nicht viel anders erging es den Orten Baden-Schwechart in Zersdorf und der Favoriter bei Wien. Sie wurden in den folgenden Tagen eingenommen und zerstört. Die Bevölkerung von Pechtholzdorf wurde ebenso getötet und der Ort niedergebrannt wie in Mötling, wo die Bewohner, die in die Sankt-Ottmark-Kirche flüchteten, in der Kirche umgebracht wurden. In Brug wurde die Vorstadt von den Bewohnern selbst in Brand gesteckt. Nach vorheriger Weigerung einer Übergabe der Stadt kapitulierten sie ebenso wie bereits vorher Eisenstadt und Oedenburg. Die Stadt musste Kontributionen leisten, unter anderem 50 Wagengerste und Mehl für das Lager vor Wien. Am 14. Juli plünderten und verbrannten die Osmanen das Stiftheiligen Kreuz.